Ich bin Julia von der Sommerskirchner Musi. Ich werde euch heute das Saxophon ein bisschen vorstellen und ich hoffe, ich kann euch motivieren, dass ihr dieses Instrument lernt. Das Saxophon ist zwar aus Metall gebaut, aber gehört trotzdem zu den Holzblasinstrumente. Jetzt mal zum Aufbau. Das Saxophon besteht aus einem Rohrblatt, einem Mundstück, einem Bogen und einem Korpus. Der Ton entsteht durch die Schwingungen, die das Blatt erzeugt, wenn man mit den Lippen eine gewisse Spannung hat und die richtige Menge an Luft eingeblast. Zum Schluss spüre ich euch noch einen kleinen Stücke vor. Das Saxophon Das Saxophon Das Saxophon